Die Entdeckung des Noble Teams heute Nacht war keine Anomalie. Große Allianz-Einsätze wurden nicht registriert. Und jetzt werden wir auf dem Beheri-Territorium angegriffen, samt orbitaler Verteidigung. Wir befolgen den Notfallplan Wintler und kottern an allen Fronten. Das Noble Team hat außerdem hochentwickelte Tarnvorrichtungen der Allianz entdeckt. Und eine mögliche Landezone für weitere Allianz-Einheiten lokalisiert. Deren Ursprung ist noch unklar. Die Station in drei, zwei, drei. Die Station in drei, zwei, drei. Zech, hörst du mich? Zech, alles okay? Ich kann die Hilfe gebrauchen. Bin auf dem Weg. So, Dippe, da sind wir wieder mit unserem vierten Teil. Hallö, Hallöchen. Was mich gerade an der Videosequenz erinnert hat, waren deine Fahrkunste. Ja, das wollte ich auch sagen. Ich hätte den Sprung wahrscheinlich auch nicht geschafft. Aber schon wieder Munition leer. Ah, die Sau hüpft. Irgendwie kann ich mit dem Link nichts reißen. Ja, meine Lieblingssäule. Oh, das ist ein Geschütz. Ja, direkter Treffer. Da waren Geschütz. Oh, der hat dann nicht weggenommen. Also das fängt ja wieder gut an. Ah, du bestohlt? Das auch. Ja, super. Fängt super an. Fängt so an, wie der letzte Teil aufgehört hat. Na ja, was will ich mal machen. Okay, jetzt spielen wir richtig. Jetzt probiere ich den Granatwerfer nicht aus. Ne, den benutze ich bei den Geschützen. Ah, die haben keine Granaten. Die haben keine Granaten. Ich habe keine Granaten. Ah, doch, die Granaten. Ja, ich schmeiße mal niemanden. Oh, oh. Okay, wer schießt immer das Auto auf mich drauf? Oh, oh, oh. Der knallt dich jetzt auch gleich ab. Ich kann ja super schießen. Direkt, du bist unsere letzte Hoffnung. Oh je. Wenn er es an mir festmachen wollte, na dann gut nach. Dann haben wir den Krieg verloren. Ich guck mal den schönen Himmel an. Der hat mich mit so einer grünen Scheiße geschossen. Das wollte ich gerade schon sagen. Jetzt steht es. Das war es. Na ja, und sie steht da und schielt wieder. Naja, dumme Fudel. Ich fahr. Wie du fährst. Ich fahr. Ah ja. Ich steig hinten auf. Da ist wieder diese... Ah, das sind diese fetten, übelsten Raketen und so. Ja, wird schon mal hinten rein. So, jetzt... Okay, let's go. Das finde ich eine geile Bumme. Übelst die Raketen. Ring, ring, ring. Also bis jetzt war ich nicht schlecht. Kann man ja zu sehen. Achso, du darfst nicht zu tief schießen. Du kannst du damit auch, glaube ich, teilen. Achso, du darfst nicht zu tief schießen. Das ist eine Kurve. Ja, habe ich dann in den Mention, oder was geht? Doch, doch, du musst nur kurz warten, bis sie die Raketen nachlösen. Da ist das Auto. Ich sehe es nicht. Hinter uns. Soll ich vielleicht mal stehen bleiben? Super. Super. Bring ihn um. Also, der schießt gleich mehrere Seiten hintereinander. Hier, vier Stück. Oder sogar mehr. So, jetzt. Boom. Juhu. Juhu. Ja, das war... Ich wollte gerade schon sagen, die ersten, den ersten Teil bestanden, ohne das Auto zu überschlagen. Und fährst du wieder? Ja. Ich bin auch drin. Also, da ist noch gleich ein dritter... Oh, kann ich das abknall? Ich glaube, die müssen wir zerstören, aber ich glaube... Oh, da ist ein Auto. Ein Ghost. Hauptsache, ich sage zu allem, was bewegt Augen. Ja, ja. Der lebt noch. Ach, jetzt? Jetzt nicht mehr. Jetzt fahren wir da mal rein. Wenn ich es hinkriege. Gegner! Ja, fahr sie alle weg. Ich will nicht auf uns selber schießen. Nein! Das machen wir noch mal. Genau, aber ich wollte sagen, ich komme jetzt einfach von der anderen Seite. Ich halte mal kurz an. Ich schieße die alle weg. Die sind kaputt. Ja. So, wo gibt es noch was zum Abknall? Sind gerade in guter Laune. Ich glaube, da drin. Da ist noch was. Oh, da kann ich reinfahren. Na dann sind wir drüben. Ja, ich fahre mal wieder raus. Ich lasse dich mal hier stehen. Wo sind denn die? Da ist noch nichts. Da ist noch irgendwo. Ah, hier. Ähm, musst du da weggehen. Ja, hey, 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 hey. Musst du da weggehen? Wir müssen hier rein. Ich traue mich nicht. Ah, nee, wir müssen den Kern verstören. Ist er kaputt? Oh, das weiß ich gar nicht. Jetzt kommst du. Ist kaputt? Ah, jetzt ist er kaputt. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Los, schnell weg. Forrest, lauf! Warum bin ich eigentlich braun? Weiß ich nicht. Ey, warte aus mich. Ja, da ist noch unsere Kollegen. Achso, nicht abschießen. Oh Gott. Ja, der stellt sie an. Friendly Fire. Ziel erreicht. Und ich glaube, wir setzen jetzt den Panzer ab. Der soll auch nicht machen. Ich schieße doch. Öl kaputt. Na ja. Ich zähle mich. Uh, da ist was. Feindblatt. Machst du gar nicht? Nee. Schon nicht. Siehst du, der ist schon kaputt. Gut gemacht. Ich weiß. Bin voll der Meisterschütze. Na ja, wohne ich mal mit solchen fetten Raketen. Fiederach, Fiederach. Oh, da ist ein Panzer. Oh, da, 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 da. Habe ich ihn? Äh, nein, der lebt noch. Lebt nicht das Flugzeug. Der Panzer. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Ja. Der lebt immer noch. Wann, was braucht denn der? Oh, kaputt. Wo ist das Flugzeug? Ah, da vorne Gegner. Alles Pipifax-Gegner. Noch Gegner. Weiter geht's. Schwere Geburt. Ja. Ja gut, ich meine, der Panzer, dass der viel aushält, das muss er ja, das ist ja ein Panzer. Ach, jetzt? Gegner. Ja, ja, schon gesehen. Oh, wo er hinfährt. Ja, das war deine Rakete, die mich frucht hat. Ja, natürlich. Ja, als ob ich so hochfliege, einfach so. Ja, aber das weiß ich, was du da machst. Du fährst ja schon so komisch. Ach so, jetzt bin ich wieder schuld, ja? Ja, natürlich, wer sonst? Sollen wir umsteigen? Nein. Das hat keinen geschützt. Ja, bist blöd, dann muss ich mit meiner Wumme schießen. Ich finde das hier ganz gut. Okay. Und dann kommt wieder so ein dicker Panzer und ich komme hier mit meiner kleinen Fustegutzele Wumme. Du fährst nur hin. Oh Gott. Scheiß die Wand an. So. Ich bin voll der Oberpro. Ja, ja, merkt das schon. Aber wenigstens, ja, wird die jetzt einsteigen oder was? Hallo, steig mal ein. Sonst muss ich ja erst wieder einen von Latz ballern. Zack, zack. Irgendwie konnte man, glaube ich, hupen, aber ich weiß nicht. Hupen? Ich glaube, da mal jetzt... Ist man da runter? Ich weiß nicht, da... Ich schieße... Nein! Ach, du Scheiße! Du Psychopath! Ich hab gedacht, da geht's runter. Oh, leck! Okay. Naja, zum Glück. Fährt der uns in den Tod? Entschuldigung. Ja, ja, das hast du mit pur Absicht gemacht. Niemals! Gegner! Fahr mal nicht so schnell! Was? Ich glaube, wir müssen loswerden. Hey, erst schieße ich dir mal alles weg. Warte, ich versuch mal mit dem Auto, der durchzufahren. Ich will aber nicht unsere Leute flackmachen. Ich schie... Ich hab schon gesehen, uns wieder unten. Nene, ich hab... Du weißt ja, die Skills. Ja, ja, die Mega-Skills, was du da hast. Und jetzt? Jetzt aussteigen. Sicher? Ja. Okay. Hättest du die Frage, geht's weiter da drin oder da drin? Spring doch einfach in die Schlucht, guck mal da! Nee! Da weiß ich, dass es definitiv nicht weitergeht. Hä? Wieso bist du denn vor mir jetzt? Ähm... Wann ich's gar nicht. Was ist denn das? Oh, da ist ein Schild. Ein Hologramm? Oh, sagt der, alter! Wie kann ich denn das Hologramm aktivieren oder nochmal? Ja, so wie wenn du sprintest. Das ist ja dein Anzeige. Ja, ich weiß ja nicht mal, wie ich sprint jetzt kommst du. Äh, LB. LB. Ah, genau. Das soll die Gegner verrufen. Aber der bleibt nicht so lange. Wo ist er denn? Habe ich ihn da runter geschubst oder was? Nee, der steht direkt neben dir. Achso, das bin ich. Habe ich ihn da runter geschubst? Ja, aber was bringt mir mein Hologramm, wenn der da daneben steht? Ja, der bewegt sich ja nur vorwärts und dann bleibt er stehen. Ja, super. Du kannst ihn so, keine Ahnung, irgendwie so die Gegner reinlocken und dann... Öh, öh. Ich habe gerade eine Granate drin geschickt. Nein. Ich habe ihn das Hologramm hingeschickt. So, tu das vor. Oh, das läuft, das Boot. Das lädt jetzt immer noch gut. Obwohl ich drauf geschossen habe. Das ist sehr untypisch. Gut, dass man hier nicht runterspringen kann. Ja, das wird sie auch noch hinkriegen. Alles. Oh, der hat mir voll ins Gesicht gedappt, ey. Gedappt? Mhm. Oh, das ist ein Schütz. Ja, das sehe ich. Da schicke ich meine Hologramm mal hin. Oh, schick mich doch mal vor. Du bist du ruhig. Ja. Ich habe zu spät gesehen, dass das Ding da kurz vom Explodieren ist. Und da bin ich natürlich reingerannt. Ist sie schon wieder da? Ja. Ich habe ihn voll aufs Maul gehauen, ey. Der Pissar. Ich reiße jetzt das Geschütz runter. Jetzt knall ich noch alles weg. Geht sie runter, oder was? Ja. In die Schlucht. Ah, den müssen wir jetzt umbringen. Wen? Der, wo da vorne rumrennt. Das war meiner. Mein Hologramm, wo der den Bildschirm jetzt umbringt. Nee, da war ein roter Pfeil auf ihn. Ah. Oh, der ist... Oh, der gibt mir gerade richtig. Ich komme mal von unten. Ja, wir müssen von unten nehmen wie hoch. Keine Ahnung. Ja, das ist kein Thema. Ich komme auch mal rum. Headshot. Nur mehr Headshots. Ups. Wir sind zugegeben. Boom. Explosion. Und wie kommen wir gleich hoch? Na, von mir hinten. Ey, verpisst dich nicht. Du Schusser. Bei dir hinten? Ja, nicht bei mir hinten. Du fährst. Was hast du gerade gesagt? Hab ich gar nicht. Was? Du wohl. Da ist ein dicker. Ja, den müssen wir umbringen. Na, ist nichts. Warte, ich komme. Ja. Ich bin gleich da. Ich bin gleich. Ja, toll. Ja, du bist zu langsam. Und ich komme jetzt. Ja. Das finde ich eine geile Waffe. Der Staubsauger. Der Staubsauger. Da ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Ding, wenn du brauchst. Ja, bestimmt. Aber ich will... Ja, hier. Ja, nicht da runterspringen. Ja, da sind doch auch noch viele Gegner. Ja, wo denn? Ja, heil dich doch erstmal da drin. Achso, heil denn? Ja, meine ich doch. Erste-Hilfe-Kasten und so. Ja. Nee, ich will mal Hohokam haben. Das war cool. Nicht da runterspringen. Ja, du solltest dich erstmal heilen. Was hab ich damit gemacht? Was hab ich damit gemeint? Ich schrei dich an, Mann. Ich will... Oh, die Wuppe. Ich hab dich aber cool. Ja, das Handstopp so hoch. Ja, ja. Ja, das sieht aus wie ein Handstopp so hoch. Oh, da, Achter, das bist du. Ja, ich bin ziemlich langsam. Ja, warum? Nachhören nicht, weil ich ein Geschützer habe. Was kann man da nachladen? Ähm... Wir sind das? Das ist die Flak. Nee, die ist gut. Ja. Wollst du die haben? Nö, ich hab's geschützt. Ja, aber der Schiebter kann. Warum schießt der nicht? Soll man damit machen? Äh, ich glaube, mit dem kann man aufschießen. Oh, kann man ja. Ah, nee, kann man nicht schießen. Da vorne gibt es aber die kleinen mit dem Kanzel fahren. Die Dinger haben. Die ihn auch gut. Die Ghost. Aber da kann ich nicht schießen mit. Ja, wahrscheinlich bin ich gleich weggesprungen. Aber da kann ich nicht mehr wegkrammend. Ja, da kann ich nicht mehr wegkrammend. Ja, und die überhitzt auch nicht. Ah, da kann ich nicht mehr in den Zeitfliegen schießen. Genau. Du kannst auch mit einem linken Trigger kannst du pusten. Hey! Du musst mich da wegkrammend. Du wegstummend. Ich bin abgestützt. Aber ich glaube, wir müssen noch wegkrammend. Äh, wer schießt noch nicht? Dann muss ich mir das Kamera. Ah, ich häng fest vor. Was vor Ort kam? Ja. Das bist du? Ja. Ja, ich glaub, wir müssen da jetzt hoch gehen. Den Norden Boden rum eiern. Ja. Die Schiffe. Oh, das ist ein Panzer. Ja, der, der den, der nicht gerade rausziehen, der Pisa. Ist welcher Marsch? Ja, ich glaub ich. Ich glaub, wir müssen da jetzt hoch gehen. dass ich wieder aushält das war dann gibt mir da ist noch ein zweiter ja ich sehe ich hänge da auch von der seite gibt es auch noch tausend gegner das ist ja jetzt bin ich platt die spinne da mal kaputt habe ich jetzt dann gleich noch ein flug ding aber deins ist noch ganz glaube ich du musst jetzt halt nur aufpassen dass ich nicht ein panzer abgeschossen ist aber ich habe ja hier noch mein ja sagen wir uns welchen du aus im himmel ich bin gleich im sack ja ich lebe ja noch wieder ok weil da hinten ist ein dicker ups wir haben unseren kameraden angefangen ich bin ein kameraden schwein da hinten ist voll der dicke ah da war ein dicker oh fuck ich bin tot ja dann bleibe ich mal kurz hier dann ja toll das ding ist kaputt machen mit gegen den panzer dummes gesicht das kann man glaub ich dort was kannst du denn dort naa wo fall ich denn hin so gestützt ne ich weiß nicht irgendwie geht grad noch oh da ist der panzer der panzer ja machen wir das jetzt ich renne ich renne um den den Grund nicht klauen von hinten du wirst recht kann man den klauen ich glaub schon ja ja haben klauen das ist nicht geklaut klar wie der wieder nicht nicht kann in der anderen also wenn dann ach so Prozent und wir ja die nächsten konnte er das kann ja was mit LB drücken ja ich bin es heute für kann auch so er siehst du dann hat er mich doch ich bin fast er hat sich angelogen er hat mit der hund aber ich bin fast tot auch was zum heilen ja du hast ja noch dein Schild was sind das für Flugdinger die heißen Nimbus 3000 ach man, wie kommt man denn hoch ja ich krieg ja nur aufs Maul ja ich hab keine Ahnung was du das Auto da ja so hingelegt meine du bist ja auch präsentiert dafür ja hier da wo ich bin da ist ein Auto ja dann hol mich mal ab da kannst du aber ja ist egal, Hauptsache wir kommen da schnell nach oben weil ich glaub ich bin einmal im Kreis gerannt ja hier irgendwo ja bleibt doch mal stehen Trennung den Berg die kommen dich abholen voll gegen die Wand geklatscht bist du da, dann bin ich wahrscheinlich ja ich hab ja gar nicht im Griff mit dem Fahren siehst du es ist gar nicht so einfach ja nee das Problem ist du musst mit dem Linkstick lenken naja jetzt rennt er weg ja ich bin schon fast oben komm du Hirsch ja ich bin schon fast oben ja wofür nehme ich mir dann das Fahrzeug ja ich hab gedacht du brauchst nicht so ja dankeschön wir haben eine Straße dicht gemacht ich komme trotzdem weg und was machst du hier? den Kern am Arsch und wie? oh da ist ein dicker hinter dir was? geh weg da ist richtig dick ja ich bin auch dick geh weg wo bin ich denn? was so? ich bin Treppen hochgerannt toll ich bin am Arsch warum? renn! wieso kommt da? die schießen in den Arsch ja schießen in den Arsch das ist eine Schwachstelle und drohte Fleisch oh nein dem wollte ich voll eine reinhauen geh weg ich bin tot ach so was rufst du dich da aus? ja eine kleine Verschnapppause der darf uns nicht töten pass auf der schießt auf dich ah der trifft aber nicht ja da hast du Glück gehabt ach so ist es reines Können der hat ein Aimbot was hat der? ein Aimbot renn wir von ihm weg vielleicht kommst du dann wieder sag mal du hast aber Glück nein das ist es reines Können äh Glück jetzt kommst du mit Glück ok ich bin wieder da ja mich trifft er komischerweise immer ja siehste merk was wo ist denn der? ja weiß nicht vorhin war er auch plötzlich da ah da ist er doch kriegt er halt vorbei ja er ist tot super es hat nur noch drei Kugeln gefehlt oder so ja hätte ich ihn aber zuerst platt machen können das muss man überhaupt machen drauf schießen ich auch hast du das Auto geparkt? draußen also dann lass mal schnell zum Auto ich hab's da ganz komisch hingestellt bitte auch steuer ja gerne bestimmt komm ich jetzt nicht mehr raus ja genau ich komm nicht drauf es sind nur zwei Sitzer äh schießdreck ja kack auf die Rolle braucht kein nein wir brauchen was zum schießen ja ich hab was zu schießen ja dann schieß da kommen Gegner ach so ja aber ich kann mich nicht so weit reden das geht das geht okay ich hab überfahren ja das ist gut aber die vertragen manchmal viel was machst du denn du doch ich nehm den nein fahr nicht da runter ne ne hatte ich nicht vor der lebt ja noch nie der lebt immer noch ich hab den voll angefahren hey da wo kommt ach so oh das wozu sollte hi weiß jetzt wo alles vorbei ist komm's ja super ich bin mal ausgestiegen ne ne ich mich landezone sichern oh ich glaub da kommt wieder ganz gut aber ich brauch Energie wie kann ich mal hier einer verabsten äh nein nein kein ausgebildeter sein hier ne medizin wird völlig überbewertet ah wir müssen da hinlaufen wo sehe ich erst aber ich brauch oh da ist ein Flugzeug hat da einer eine Wummel die brauche ich da Flugzeug wie Flugzeug oh was hab ich denn hier für eine Wummel ein Geschütz ah wieso bin ich denn jetzt ein Flugzeug ja weil ich ach so du bist eingestiegen ja kann ich dir den Kopf damit wegschießen ne du sitzt auf der anderen Seite zum Glück dem anderen ne na so weit reicht's nicht schade wache stürzt der Heli ab ja hier oben schön erstmal dagegen knallen ok das kriegen die alle auf den Sack ja sowieso so wie gerade eben bin ich schon gestorben äh ja ich glaub einmal wir sind die Gegner da unten auf der Brücke ja ne da schießt da noch ha du u schalln alles ecknagel oh er ist potzern ja aber nie auch der soll da hoch Explosion ja aber nie auch der soll da hoch ja aber nie auch der soll da hoch ja ja schützt Panzer schütze und die Flugzeugen die da kommen abschießen äh ne ich glaub die sind vorweg weg ja Kuppel Kuppel? ich weiß nicht ah ja so ne riesige Kuppel hä was für ne Kuppel hä total Banane wir fliegen rein ja lass laufen nicht schwätzen machen verstanden dann let's fett ja Systeme sind ausgefallen wir stotten ab Panzer und Schlesen sparen das war deine harte landung ja 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 und du sagst was zu meinen Fahrskills ja also der ist ja mal richtig scheiße geflogen oh ich hab ein Jetpack da lag ein Heilding das hab ich dir weggeschnappt ah da liegt noch eins was Jetpack? ich bin auch ein Jetpack oder ist noch ein Jetpack die Ligenheit die Ligenheit die Ligenheit die Ligenheit das haben wir geknackt die Kulte die Kulte die Kulte und Verkauf geht oder Leser bringt nicht weiter was Grundrecht ein hochkommt das Spiel von nach nach ja es war ja ja was der er ist gewert gut er wird sein Kopf geschossen hat sind hinten getroffen Notre Dame Buckel da war Maiser vorweg für bis von abgehoben wenn wir es gehen entweder Treffi besser oder die Waffe ist besser die die Sterben als Grund zu heule immer auf den Kopf immer auf den Kopf es ist bei dem bisschen schwierig die bestehen ja nur noch aus Körper aus Kopf dann wird es doch leicht wo geht es ab? von hier ich habe es gesehen ich habe es gesehen war es die Gegenwerten von hinten abgeschossen du kriegst jetzt auch die nicht aber irgendwas schießt doch da ganz schön stark ja das ist so seine oh da ist ein Fahrzeug ach so wir haben die ganze Zeit Jetpacks und ich benutze es nicht einmal ja kannst du damit auch nur nach oben fliegen oder ne du kannst auch vorwärts fliegen zu sein und das war mein Kronen du kleiner Spaß wie kann man denn auf dem Dreck landen Wotterfock ja warte ich bleib mal da aber jetzt mit der Pferd und Öl ich bin ich bin schon wieder tot ich wollte gerade Rambo machen also 15 ja das ist mir wurscht ich habe hier eine Raskarfe ich jetzt mach das willst du mich verarschen ich bin wieder tot ja ich merke ja schon du bist du nur am sterben ja mach mal was gegen das Geschütz ja wo ist er denn in dem Riefenturm komm jetzt komm ich rein du willst ja nur dass ich auch mal sterbe ja wäre mal ein Abwechslung nein nein er habe ich kein Jetpack mehr haha verarscht ja er hat noch gelebt doch man ich bin schon wieder im Arsch was ist denn los sind du keine Lust mehr hast muss nur sagen ich habe mich betroffen den Lutscher der ist zur Seite ausgewichen jetzt kannst du mir aber mal am Arsch legen da drinnen du jetzt fliege ich da hoch und mach den von oben Platz ist mir grad egal komm ich da jetzt runter ja wir müssen eh nach oben ja aber wieso treibt mich ein höh wo fliege ich denn hin ja wir müssen ja auch da hoch was auch was auch der Scheinstecher mit dem Stecher schon wieder ein Stecher entweder einer oder zwei lass dich doch sterben und dann das bist du ja gewohnt kommst du direkt zu mir hoch also das fand ich jetzt sehr rassistisch hier was heißt mir rassistisch nur weil ich eine braune Rüstung habe ja aber schießt mich an einer mit einer Scheiße voll mit einer Scheiße mit einer Scheiße ähhhhh äh fuck jetzt ja das hab ich gesehen bist du auch wieder da? also dann Stecher? ja ein Stecher ja jetzt verrägte ich die ganze Zeit oder was ich will auch so ein Messerchen haben so jetzt bin ich auch wieder da so jetzt bin ich auch wieder da Leeroy Jenkins oh so das bist du haha nein ich komm grad ums Ecke ran da ist so ein so ein dummer dummer Attentäter ey bist du das? Staubsaugerboy ich bring dich um Staubsaugerboy bist du schon wieder tot ne ne also jetzt übertreiben braucht man es jetzt auch nicht äh warte mal wo müssen wir es hin ah da hinten müssen wir es aktivieren wo? äh hier mann ja dann jetzt bin ich aber oft gestorben muss ich sagen dann würde ich sagen machen wir ja Feierabend und erholen uns erstmal von unseren wehleidigen äh Entschuldigung äh Tode Tode bis später mal und tschüss ciao ciao holen Sie raus Zentrale Nobel 1 hier Kuppel 1 okay ihr könnt angreifen schönen Tag noch verstanden Nobel 1 an alle Bodeneinheiten Fregate 3 1 8 kommt und MAB Projektile wurden autorisiert Mapp Munition in der Atmosphäre so bekommt man auch Aufmerksamkeit gut festhalten Leute die Kräften die Kräften ist stark wir müssen hier weg schnell der die Kräften gerät die Kräften die